Mein Name ist Sascha Rabe und es gab gerade eine Studie der DAK, der Krankenkasse DAK und die haben festgestellt, dass im Jahr 2023 aktuell 50,1% der Menschen mindestens einen Tag krank waren. Dieser Wert, haben die berichtet, ist normalerweise ein Wert, der aufs ganze Jahr gerechnet wird. Jetzt haben wir erst ein halbes Jahr und schon 50,1% der Menschen waren mindestens einen Tag krank. Und wenn du mittelständischer Unternehmer bist und dich gegen Krankheit deiner Mitarbeiter absichern möchtest, dann ruf mich an, dann schreib mich an, dann schaffe ich dir eine Situation, wo dein Krankenstand deutlich zurückgeht.